Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Wir schmummeln mal hier raus. Sieht alles ruhig aus. Ab geht's. Ab nach Hause. Haben noch keine Zeit. Haben noch keine Zeit. Schön wie Gunpowder produzieren nebenher. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr. Aber auch ein bisschen sehr gut. Muss ich ja mal so gestehen. Macht ihr ganz toll. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Bisschen mehr Clay können wir hier noch reinschmeißen. Obwohl haben wir jetzt über 2000. Das ist ganz gut. So, Forged Eye nehmen wir wieder schön mit. Machen wir mit dem restlichen Eisen. Müssen wir erstmal alles in die Kiste legen. Scheiße, oh, ist die voll. So ein Kack. So. Mach das mal aus jetzt hier. Dauert ein bisschen jetzt. Lalalalala. Yes, hat es. So. Jo. Haben wir die Pfeile schon gemacht? Alle wieder? Haben wir. Gut. Ich glaube, wir bauen einfach noch eine Kiste jetzt. Machen wir wenigstens so ein bisschen halb sortiert, wa? Secure, storage, chester. So. Pass auf. Pass auf, Leute. Stellen die Kiste hier auf die Forge. Und da kommen dann die Forge-Sachen rein. Beziehungsweise so die Grundmaterialien. So. Voll. Gepäckos estus folos. Potetium kommt hier rin. Kohle kommt unter das Potetium. Potet. Sag mal. Eisen kommt hier unten rin. So. 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 Ladida. Dadida. Isn't it all wonderful? Hunger. Ein bisschen. Iron. Und Gravel kommt hier zu den Steinchen. Und das Blei kommt hier. Und noch mehr Kohle. So. Und hier haben wir nochmal Potetium in der Hand. So. Sage ich. Sagte ich schon so? Ich glaube schon. So. Können wir die Framets wieder rein? Und. Schon haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen wenigstens. Ist doch schön. Goodie. Haben wir noch. Ist mir noch zu viel Clay. Da warten wir jetzt nicht drauf. Habe ich beschlossen. Wir essen noch ein Fleisch. Eat ein Fleisch. Und nehmen die Hälfte Bacon and Eggs mit. So machen wir das. So. Und da raus die Maus. Wir müssen Bücher suchen. Und wir gehen diesmal direkt hier so schräg. Die andere Straße. Beziehungsweise die Straße hier lang. Da so. Hier so, da so. Lirumlarum. Pfeilchen haben wir ein paar. Shotgun Muni haben wir auch ein paar. Können wir eigentlich mal nachladen zwischendurch. Gut. Sehr, 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 sehr schön ist das alles. Ups. Knusperzombie im linken Ohr. Ist uns egal. Wir haben es ein bisschen eilig. Obwohl, ja eigentlich schon. Ehrlich gesagt. Weil Vogelnäste nehmen wir trotzdem mit. Eier sind immer eine schöne Sache. Wir brauchen noch viel mehr Bacon and Eggs, um durch die Wochen zu kommen mehr. Ohne Bacon and Eggs ist das Leben einfach nichts wert. Also da bringt es halt auch nichts zu überleben. Weil es ist ja dann nur Überleben und kein Leben. Es ist ja kein Leben, wenn man keine Eier mit Speck essen kann. Empty. Machen wir schon mal. Okay. Okay. Wenn du das sagst, Herr Spiel. Wahrscheinlich irgendwann, als wir uns hier verkrümelt haben. Auf dem Turm. Oh, ein bisschen mehr Scraps können wir auch noch gebrauchen. Solange wir hier nicht mit dem Gepäck rummachen müssen, können wir auch einfach machen. Wo ist das? Komme ich hier wegen des Baums nicht an den Ofen, oder was? Ist das euer Ernst? Da ist er doch. Nehmen wir doch den so lange leer. Das hat sich gelohnt. Eieiei. Die Frames brechen ein bisschen hier im Brutzel-Biom. Da ist wieder ein Knuspermann. Da hinten. Warte, das ist gar nicht. Interessiert sich überhaupt nicht für uns. Vogelnest. Ah, dafür liebe ich das Knusper-Biom schon sehr, ne? So. Scrapp it. Weil du in den Häusern einfach so schön die Vogelnester findest. Oder Kloß. Also, das ist wirklich Pistolen oder Vogelnester. Das ist hier die Auswahl, die man hier hat. Geht kaum besser. Ach, heute kommt auch wieder Airdrop, den wir nicht vergessen. Ja, wie gesagt, wir haben es so langsam wirklich ein bisschen eilig, weil... Auf jeden Fall das Konkretbuch wäre mal richtig, richtig fett jetzt, damit wir zur zweiten Horde unseren Cobblestone auf konkret upgraden können. Das andere wäre ein bisschen doof. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass wir nicht den Tag bzw. die Nacht schaffen. Oder wir müssen wieder schummeln. Ah, da war ein Weg. Hier war ein Weg. Die nehmen wir mal. Vielleicht führt der ja zu irgendwas, was schön ist. Zum Beispiel ein Haus. Häuser sind unsere Freunde. Da gibt es Bücherregale und so. Klar, im Bücherladen gibt es mehr Bücher, aber... Haus ist auch erstmal schon mal gut. Wollen wir jetzt auch mit so Sachen anfangen? Wollen wir eigentlich, wa? Ja. Bin ich überzeugt von. Ich über... Ein Schneezombie. Hör ich doch von hier. Ein Scrap ist halt echt. One-Hit-Schnee-Zombie. Nizzle. Komischer Holzfäller. Mütze. Wohl, die können wir uns mal aufsetzen, wenn es hier gerade kalt ist, ne? Ah, seht ihr? Können wir auch direkt den Mining Helmet mal reparieren. Auch wenn der jetzt Qualität verliert. Mit dem Mining Helmet möchte ich so nicht umgehen wie mit dem Werkzeug. Weil wenn der kaputt ist, ist der kaputt. Dann ist er weg. Und das fänden wir nicht so cool. Oh, wie schnell wir jetzt reinkommen. Einfach... Der Hammer. Oder die Axt. Ist einfach die Axt, wie schnell wir hier reinkommen. In so einer Situation sagt man nicht mehr, Hammer. Black Bandana legt mir hier am Schuh, ey. Geil. Zieh an das Ding. Das kann weg hier. Geil. Geil, geil, geil. Der Quality Joe ist einfach das Beste, was man skilgen kann. Das ist einfach... Krass. Pff, wie sind denn das für eine Wurst? Auch kein Mensch. Komm, gib, 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 gib. Leatherpants Schematic, nicht verkehrt. Ein Gloves Schematic, auch nicht verkehrt. Wobei, da wo wir jetzt gerade wohnen, möchte ich natürlich lieber in Leder rumlaufen, weil es sehr frisch ist. Beziehungsweise... Oh, jetzt guck mal über die Nese. Verzeihung. Beziehungsweise, wenn wir halt im Schneebium wieder in die Stadt gehen oder viel durch den Schnee rennen, ziehen wir uns halt lieber Ledersachen an als Eisensachen. Einfach, weil es... Oh, Hunting Raffle Barrel. Nice. Super, nimm sie mit, Goggles. Warte mal, die machen doch bestimmt warm. Die machen überhaupt nichts. Ich ziehe sie trotzdem an. Kann weg. Kann weg. Und... Komm, 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 komm. Bücher. Na gut. Auch gut. Brauchen wir immer noch für unsere Pumpe. Orangene Vrench. Können wir direkt was greppen. Gläser können wir erstmal wieder mitnehmen. Vielleicht haben wir ja Glück und sind diesmal nicht so vollgepackt, dass wir den ganzen Tag die Gläser wieder weglegen müssen. Das Lässerchen nehmen wir auch erstmal mit. Können wir im Zweifel trinken dann. Und dann auf die leeren Gläser drauflegen. Ne? So. Aha. Jo. Do it. Jo. Gibt's Crepe. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Und Crepe pennen das dann. Okay, jetzt wird es schon wieder schwieriger. Was das mit dem Austrinken angeht. Weil es sind jetzt mehr. Und wir haben auch eh noch eine Suppe. Ähm. So. Hier war doch irgendwo. Muss es doch hier hoch oder runter noch gehen, ne? War hier in der Tür hier drüben. Behaupte ich. Oder geht's hier nur raus? Gucken wir mal. Schlagen wir hier ein Loch rein. Ah ja. Siehste. Werkstatt sag ich schon. Garage ist das Wort. Und hier ist dann noch die Leiter nach oben. Genau. Oh, eine blaue Batterie. Hammer. Hammer Zeit. Hier ist nur kaputt. Bum, bum, bum. Hier ist noch ein Kühler. Oh, hier ist Blueberry Pie. Sehr, sehr nice. Ähm. Ich esse mal die Suppe. Und dann verskreppen wir den Kram hier. So. Schwubbel die Wubbel. Hoppchen. Ähm. Das sind ein paar mehr Schritte. Oder schnellere Schritte. Schon wieder Hundetag? Könnte sein, ne? War ja Tag 5. Dann müsste es jetzt Tag 10 sein, dann. Hundetag und Airdrop an einem Tag. Das ist natürlich nicht so geil. Gebt den Lampenjong her. Natürlich wenig Scrap. Ich finde ihn nicht so geil. Dass man so oft auf die Lampe hauen muss. Und dann gibt es einen Scrap. Das ist, äh, mehr so mittel. Aber auch doch irgendwo wichtig, weil jeder Scrap zählt. Gerade wenn es so wenig Scrap gibt. Ist das noch wichtiger eigentlich als ursprünglich? Oh, sind das viele. Okay. Klingt aber nach einem Menschen, würde ich sagen. Ein Zombie. So. Pumpi. Na, endlich mal. Endlich mal hier. Endlich mal was Gutes, Neues für unser Pümpchen. Sehr, sehr nice. Ja, ja. Wir haben sie nun. Ein paar merkwürdige Geräusche. Und wir haben hier noch einen Guns-Safe. Vielleicht war das voreilig, da ich das schon gemacht habe. Scrap that shit. Ähm, ähm, jetzt gibt es das auch. Und dann machen wir hier kaputt. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, gesensed. Klingt zumindest ein bisschen so. Ähm, aber wie auch immer. Wir rennen den einfach weg, dann. Ist mir egal. Aber es ist natürlich... Oh, what's up. Aber ich glaube, den Receiver haben wir schon in lila, ne? So. Mhm. Die Parts haben wir in lila. Und jetzt kann ich natürlich nicht zu Hause... Doch, den Receiver haben wir auf jeden Fall in lila. Scrap that. Scrap it. Ähm, wir können aber... Einmal können wir zusammenbasteln. Einfach stumpf. Dann können wir, wenn wir noch Parts finden, können wir die einfach mitnehmen. So. Das kann weg. Schön. Schön. So, ab hier. Raus. Halt, stopp. Wir hätten fast die Lampe vergessen hier. Ah. So, aber mit weniger als ne, äh, lila Pickaxe wäre das ne... Oh, beim nächsten Mal reparieren würde ich schon blau, dann die Pickaxe, ne? Wenn wir nicht noch heimlich skillen. Na, was hier? Auch 250 Leben. Super. Und war sogar nur ne Eisenlampe. Prima. Ein Zimikriner. Wow. Kann richtig stolz wieder auf mich sein hier. So. Oh, hier sind die Autos. Hätten wir fast verpasst. Show me that. Kaffee. Nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir erstmal mit. What's all it? Candy Tin Can. Können wir das eine schon fast greppen hier? Kriegen wir noch was raus? Ah. Ja. Eins gibt eins. So, jetzt hier schnell noch an den Briefkasten ran. Weil Papier ist, äh, wichtig. So, raus hier weg. Ab. Tschüss. Müssen die Straße lang. Stumpf. Die Sonnenbrille brauchen wir nicht. Da haben wir noch nicht Wetter genug für. Ja, nee, aber genau. Darauf wollte ich ja hinaus. Mit, äh, Leder und Eisenklamotten. Dass wir denn dann, wenn wir wärmere Gebiete finden, zum Beispiel in der Wüste, uns auch einfach Eisenklamotten machen können. Um dann Eisen zu haben. Das ist ein Zeltlager. Lohnt sich das? Ein bisschen, ne? Da sind Leichen. Und ein Rucksack. Wer hat uns da erwischt? Okay, dann gehen wir da nicht hin. Wenn wir jetzt hier schon Agro haben. Wir müssen auch dringender Bücher. Leichen und Rucksäcke sind schön und gut. Aber Bücher sind einfach wichtiger jetzt. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach genau, die Kaffeebohnen wegschmeißen. Weil wir werden eh wieder vollgepackt sein. Ich meine, wir haben keine Illusionen drüber. Und im Zweifel nehme ich lieber ein Auto auseinander, um immer noch das zu machen, was ich machen wollte, als ich es machen wollte, aber nicht konnte. Blauer Clawhammer. Der muss aber besser sein als die Range zum Aufwerten. Als die Orange. Behaupte ich jetzt einfach. Der ging daneben. Er hat gesessen. Jetzt kriegst du das Mäuschen. Wo bist du? Hier. Hehehehe. First Aid-Semitic. Geil. Vitamine. Auch geil. Boah, was das schon wieder für ein Ausflug ist, ne? Ist das das Haus, wo wir gerade waren? Ne, ist ein anderes nochmal. Na gut, aber müssen wir machen. Wir können ja leider nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in der nächstbesten Stadt Buchladen finden. Deswegen nehmen wir Häuser einfach mal mit, weil da gibt es ja auch Bücher. Da gibt es ja auch Bücher. Ups. Machen wir, wir nehmen Scrap mit. Es ist... Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Macht mir selber keinen Spaß, fünfmal auf so eine Lampe einzuprügeln für einen Scrap-Brush. Aber führt halt leider nicht so richtig einen Weg drumherum. Ah, Müll einmal, da gibt es wieder Papier. Oder gar nichts. Kann man auch machen. Eier, awesome. Level up, auch awesome. Gläser, erstmal gut. Wasser, auch gut. Ich glaube, im Zweifel schmeißen wir lieber die leeren Gläser weg als das Wasser. Weil... Sind zwar mehr leere Gläser als Wasser, aber dann... Haben wir schon mal Wasser. Äh, Scrap mit. Nicht retaliieren. Das wäre jetzt wieder... Och, ich muss schon immer essen, trinken, finden. Kacke hier, aber... Ich bin so geizig. Ich will das nicht wegschmeißen, alles. Wenn wir das schon finden, will ich es auch haben. Ist das hier eigentlich heutzutage auch noch Brass? Oder ist das Eisen? Das probieren wir direkt mal aus. Lebt nur 200. Und es ist Brass. Und es verskrept sich auch nur zu einem. Schade. Egal. Aber eins ist eins. Das hat auch mal drei gegeben, Mann. Jetzt haben wir hier noch den scheiß Kuchen dabei. Den hätte ich vielleicht eher essen sollen. Das ist doofe Dosenfutter. Die gibt mir ein bisschen Wellness. So, haben wir hier noch was. Die Tür ist ja offen hier. Achso. Na gut. Fast. Fast offen. Die Geschichte von der fast offenen Tür. Aus dem einfachen Grunde, weil hier auch nur eine Cardbox und Müll dann ist. Scrapt hat. Scrapt hat. Scrapt hat. Jetzt bauen sie die Leute auch wieder warm. Die Lampe sieht eisig aus. Weh, weh, weh. Scrapt hat. Können wir das Scrappen? Ne, sind zu wenige zum Scrappen. Shit, ey. So, ja, 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 du alter Troller. Runter hier. Weiter, 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 weiter. Hier ist. Das ist ein Brasslamping-Jong. Und ich haue natürlich lieber das Holz. Für zwei Leben musste ich da noch einmal drauf prügeln. Super. Ganz, ganz klasse. So. Night Stands. Braucht niemand. Oh, eine ganze Pistole. Green Puffer-Code. Braucht keiner. Schwupp. Gib die 9mm-Rounds. Och, komm schon, Junge. Och. Glauben, man kann immer noch nicht durch so Türen durchschießen, ne? Wenn die halb kaputt sind. Warte mal auspucken. Jetzt ist sie weg. Hat sie uns vergessen. Warum sollten wir da durchschießen können, wenn die da nicht durchgucken kann, ne? Doofe Kuh. Lauf ich weg. Lauf ich weg. Kenn ich nix. Night Stand. Äh, müssen wir uns eigentlich mal... Jetzt kommt er. Ne, kommt doch nicht. Okay. Dachte ich, die kommt. Äh, was haben wir auf die Füße an? Leatherboots. 22, 12, 6 und plus 4 Grad. 15, 15. Besser. Finde ich. Finde ich besser, ja. Tut mir leid. Ach, kann der Stoff eigentlich auch weg, ne? So. Ist mal den scheiß Kuchen jetzt. So. Und jetzt müssen wir einmal hier gucken, hier. Blau, grün. Gelb. Hm, ja. Wie machen wir das jetzt? Wie grün. Bisschen besser. Wartet mal. Dann nehmen wir die Hosen, ne? Assemble. Wir nehmen mal die Parts raus. Und den Griff hätte ich auch gerne rausgenommen. Kriege ich aber nicht, weil es Gepäck voll ist. Mann, ey. Nimm den Griff raus. So. Und scrap das Ding. Und jetzt assemblen wir das hier. Haben den Griff. Und die Parts. Haben wir eine vollständige Pistole. Sehr, sehr schön. Können wir eigentlich auch bald schon auf... So, seht ihr. Jetzt rutsche ich hier noch so. Zieh an. Scrap die. Da kommt Leder raus. Das müssen wir auch wieder mitnehmen. Wo Tiere jagen geht auch immer, ne? Ein Steel Arrowhead. Können wir ein bisschen Scrap mitnehmen. Ja, Mann. Ja, ja. Regt euch mal alle nicht künstlich auf hier. Ist ja zu. Ist ja zu. Oh, zwei Bücherregale. Und ein toter Mann. Puffer Code. Alles so hätte wie Code. Waren genug Toiletten. Oh ja, Brass. Scrap it. Ja, jetzt haben wir eine Pistole. Wir können, äh... Pistolen-Muni herstellen. Da werden wir Brass benötigen. Exploding Crossbow Bolt. Keine schlechte Sache. Hilft aber leider noch nicht so richtig viel. Weil wir noch kein Dings haben. Weil wir noch keine... Kein Stahl können. Kein Stahl. Oh. Brass. Oh, und der Zylinder fehlt uns auch für den Magnum. Oh ja. Können wir auch bald die Magnum. Fehlt nur noch. Was fehlt denn? Der Griff fehlt nur noch für die Magnum. Krass. Ähm... Scrap that. Ist der jetzt hier drin? Der ist hier drin. Alter. Den einen gewonnen hittet und für ihn brauchen wir jetzt viel Schuss, oder was? Murky Water brauchen wir nicht. Kacke brauchen wir auch nicht. So, Metzling-Kabinett. Wir brauchen noch... Äh... Ne. Ne. So, wir brauchen Bücher, Leute. Bücher. Waren wir schon dran. Waren wir noch Animal? Achso, Human Turd. Habe ich mich halb verlesen? Halb Verdacht. Oh. Hört sich gut. Zieh die an, die lila Hose hier. Kann weg. Müll. Lalalalala. Völlig tiefenentspannt. Lasst doch die Leute hier auf das Haus einpringeln. Oder egal. Dann hier eine leere Dose zum Verscreppen. Läppert sich auch so zusammen, der Scrap, ne? Wenn man den immer so mitbringt. Aber wahrscheinlich bei weitem nicht genug, um das nachher wirklich anständig benutzen zu können. Wenn es dann um die Wurst geht. Rein Scrap-mäßig. Wieder ein Federchen. Die alte lassen wir aber links liegen hier. Ab geht's. Weg hier. So. Wow, eine orange Stone X. Dahinten sehe ich eine Tasche auf dem Weg. Mitten auf der Straße lassen die Leute ihre Taschen liegen. Es ist... Und sich dann wundern. Und dann beim Fundbüro anrufen. Aber was in dieser Tasche ist, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's play Seven Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sag tschüss, le Müsli. Bis dann.